Johoho, wir gucken uns hier noch ein bisschen um. Bevor wir den Aufzug rufen, hier war ich richtig gut. Ich meine, rufen könnte ich ja schon mal, dann ist er unten. Alter! Was, ist das Gaggel? Keine Ahnung. Hinter dir. Was geht denn hier ab? Das ist voll halk, der ist grün. Meine Fresse, diese Goliaths, ey. Nice. Oh nein, 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 nein. Ach, das ist so ein Selbstmord-Affe. Mhm. Komm mit, ich hab was ganz tolles gefunden. Warte kurz. Irgendeine Idee, wie man mal wieder hochkommt? Warte mal, ich komme. Da. Was soll da sein? Eine Waffenkiste. Wie man da wieder hochkommt. Ah, hier ist ein Leiter. Ich schaff das schon. Oh, Sniper. Da bin ich mal gespannt, was da dran ist. Ich hätte gerne mal wieder eine gute SMG, Mann. Ja, das stimmt, da gibt's echt schon lange nichts mehr. Überall, Sniper haben wir. Oh, Feuer mit 1000, endlich. Cool, die war für mich. Ne, die brauche ich ja auch. Du kannst mein altes Feuer nehmen. Aber deine ist wahrscheinlich eh besser. Wahrscheinlich besser, ja. Und hab... Ach, geschafft. Nicht schlecht, Maus. Oh, hier geht's auch noch weiter, guck mal. Hier geht's auch noch weiter. Ja, da geht's wieder raus anscheinend. Aber da müssen wir das mit den Flaggen machen. Ach, echt? Ja, das ist hier. Okay. Unterwegs. Keine Sorge, wir machen das noch mit deinem Ding. Scheiße! Was haben... Ah, dieses scheiß Schockfass hab ich nicht gesehen. Dann warte mal kurz, bevor wir das mit der Flagge machen. Dann... Also... Feuer... kann jetzt verkauft werden, weil die andere Feuer besser ist. Diese hier. Throm. Hm. Irgendwie sieht das ein bisschen so aus, als würde das hier gleich übel werden. Ja, bestimmt. So. Bin soweit. Wo ist die Flagge? Hier. Warte, es sind nur Gegner. Warte, es sind nur Gegner. Oh Mann. Wir sind ganz schön gearrscht. Wir sind viele auf einmal. Okay. 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 Sehr schön. Scheiße. Diesmal hast du dich erwischt. Wegen dem Bastard da. Ey, jetzt hast du mir den weggeklaut. Weil ich schreiten will. Hehehe. Oh. Vielen Dank. Arschloch. Dumme Kuh. Ernsthaft? Du bist so unlieb? Unlieb. Hehehe. Ha... Alter, das ist mir nicht lustig. Was geht denn hier ab? Oh. Da... Hast du die Fahne schon aufgebaut, oder was? Nee. Scheiße. Ist das dein Ernst? Ja. Selbstmord. Toll. Das war echt gerade noch nicht so günstig, der Moment. Schnell. Vorsicht, ich bin selbstmordlich schon. Oh. Vor dir. Ja, soviel zu dem Thema, wo wir schon mal drüber gesprochen hatten, wo du meintest, ich würde nicht genau Angaben machen. Warte, sei nicht so zickig. Ich habe mich gerade selber in die Luft gejagt. Warte. Oh, fuck. Scheiße, was ist das? Was? Ich hab meine Schilde verloren. Kriegsein? Ja, geht schon. Jetzt ist sie abgehauen, ey. Ich glaub's ja nicht. Jetzt hast du mich nicht angefackelt. Sorry. Gott sei Dank, ey. Scheiße. Schon wieder? Ach, da oben! Hä? Willst du nicht verarschen? Wo kommen weitere? Wo kommen weitere? Oh! Hast du schon geschafft? Ja. Na toll, auch noch ein Lootswerk in der Muni-Kiste. Wo denn? Und der rennt hier. Warum schießen die eigentlich immer noch auf den Generator? Sind die doof? Ja. Ich glaube, ich kann fliegen. Ich glaube, ich kann fliegen. Wenn ich die verarschen will, sind die Verarschen. Scheiß Bett als Nomade. ganz geschafft hat nur ganz ziemlich gedauert hardcore aber hier am ende ist mit quest siehst du das da müssen wir in die richtung ja und ja die sind nicht ohne ach so die klopfen sich jetzt gegenseitig schnell drauf essen da sind da ich dachte wenn wir mal ich gehe mal kurz hier hoch aber ihr hier ist mir die kippen aus nicht schlimm ich muss gleich erst mal die schlüpfe bestimmt von moxie oh mal reinhören oh eine schatzkarte die werden ihn nie finden niemals finden die meinen schatz war mal in old haven jetzt nicht mehr mein hab die karte zerfetzt hab sie den banditen gegeben niemand wird ihn finden niemals boah der typ schien über den verschollenen banditenschatz von old haven zu reden wenn du die teile der karte findest könntest du derjenige sein der ihn hebt anscheinend tragen banditen die karten teile mit sich um aber um herauszufinden welche banditen eins haben musst du sie erst umlegen und dann das beste hoffen super das finde ich cool ich habe eine waffenkiste bitte meine gute smg natürlich nicht sonst hatte klar granate irgendeine granate planate vor mal gucken was gibt es hier noch ich sehe schon wieder so ein stromnetz und es ist glaube ich nur wegen denen was geht denn da sind wir bei dir ab dieser scheiß schock mit nomaden ja die sind ätzend und fast der noch die granate ist ja da kommt noch einer auch müsst ihr zuerst mit aufgenommen du musst jetzt hier einfach anscheinend auch ein haufen banditen wegballern für die karte ja aber das machen wir eh warten wir mal deswegen mache ich mal den anderen aktiv wieder fürs bandit eine anpassung wo denn oben irgendwie sind wir wieder fast am anfang kann das seien nur unten weißt du wo ich gesagt habe da könnte ich oben bitte stehen bleiben und sniper ja anscheinend da kann das sein ja doch da oben weiß ich nicht nee das war nicht der anfang doch glaube mir so aber jetzt geht ab zurück zum komischen war genau das recht so da noch was drin so war das der weg rein ja ne ja und dann rechts glaube ich ja zurück zur aufzugsplattform ne maus wir müssen woanders hin warum ja guck doch mal auf die karte wir müssen hier lang wenn du da am weg sie ist bitteschön ja wo die karte ist noch gar nicht überhaupt so weit aufgedeckt die karte ist doch gar nicht dass da angeblich kein weg ist da oben ist ein weg diese hülle ja sag ich doch ich weiß du willst unheimlich gerne mit einer bescheuerten aufzugsplattform war bei mir wäre es ganz lieb wenn wir zuerst mal die quest fertig machen lassen hier ist ein medikett drin in einer der boxen ich bin eh keine ahnung das war das ich versucht den weg doch jetzt hoch da da ist ein durchgang zu der quest ja ja genau das müssen wir jetzt zick zack die 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 Hä? Wo bist du denn? Keine Ahnung. Also bist du doch hoch zur Plattform gelatscht. Nein! Oh, warum muss die dann immer nachladen, wenn ich den scheiß Facelock mache, ey? Weißt du, ich hab keinen Bock mehr. Scheiß Charakter. Noll. Guck mal. Toll gemacht. Ich glaube, du bist auf dem richtigen Weg, ja. Hm? Ich glaube, du bist auf dem richtigen Weg. Hm. Wie der da hängt. Hm? Lol, wie der da hängt. Ich wünsche Spaß mal. Röstli. Hm? Röstli. Die Typ ist ein Röstli. Das ist wundervoll. Oh, die ist fett. Das kommt davon, wenn man Kisten aufmacht. Ja, ich kann das einfach nicht. Mich nervt, das stundenlang irgendwie looten zu müssen. Für Muni, die wir eh voll haben. Wir haben noch keinen Token. Na, Happy Birthday. Jetzt geht's los mit Würmern. Auf geht's, ab geht's. Meine Brotie. Ich schreie dich auf. 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 Ach, schon wieder Hupfrauber. Juhu, Bett ist 305. Ich schreie dich auf. Ich schreie dich auf. Ach, kommen dann nur drei Stück. heute sind die tentakel vielleicht hätten wir uns ja ein bisschen ich bezweifle es aber ich muss kurz noch mal diese ich glaube wir die folge vorläufig bis dahin und 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 Untertitelung. BR 2018